Okay, liebe Freunde der Alpenkraft, zuallererst möchte ich einmal Katharina S. aus dem wunderschönen Hamburg gratulieren zur genau zehntausendsten Bestellung der Alpenkraft. Herzliche Gratulation und vielen Dank. So, warum wir uns heute nicht aus unserem Bad melden, ist ganz einfach. Ich möchte einmal euch die volle Power der Alpenkraft zeigen und dazu habe ich hier eine Konstruktion gebaut, die Alpenkraft normalerweise natürlich nicht als Gießkanne zu verwenden, aber zu Demonstrationszwecken möchte ich euch das einmal zeigen. Also, ich habe mir da sowas gebastelt, ein bisschen russisch mit Kabelbinder und einem Waschmaschineschlauch, den ich hier an unserer ganz normalen Gartenleitung angebracht habe und schauen wir uns das mal an, was die Alpenkraft jetzt kann und welche Power sie wirklich entfalten kann. Sie werden verstehen, wenn ich das bei uns im Bad mache, dann haben wir eine riesen Überschwemmung, aber auch hier, das passiert mittig von Bohrresten in ihrem Bad. Und selbst bei diesem Druck sieht man komplett dicht, hier ist nichts. Also, alles das können Sie auch zu Hause in Ihrem Bad genießen. Viel Vergnügen!